Herzlich Willkommen zurück zu Myst Masterpiece Edition. Also manchmal regen mich diese Speicherplätze echt auf, ne? Also immer wieder... Ja, falls ihr euch vielleicht wundert, warum ich heute nicht auf eventuelle Kommentare von euch eingehe, dann liegt es daran, dass ihr mir diese Kommentare in der Zukunft geschrieben habt oder ich in der Vergangenheit spiele oder so. Also im Grunde ist es so, dass ich diesen Part jetzt direkt nach unserem letzten Part spiele. Darum kann ich logischerweise auch nicht auf eventuelle Kommentare eingehen. Aber mit der Zukunft, der Vergangenheit, hört sich fast noch cooler an. Hat so ein bisschen was von Zukunft. So, jetzt reisen wir also nochmal los. Wir haben gesagt, wir wollten beim tiefen Ping nach Süden reisen. Das weiß ich deswegen, weil ich, wie gesagt, erst den Part, wohin gespielt habe. Genau, jetzt geht es erstmal los. Vielleicht habt ihr euch das ja auch schon aufgemalt von dem letzten Mal. Ich weiß es nicht, ob man bei einem Blitzplay auf die Idee kommt, sich selber was aufzumalen. Ich entführe euch einfach mal wieder. Also, ich weiß schon, wo es hingeht oder auch nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir da dann doch mal rauskommen. So, genau. Jetzt gehen wir erstmal einmal nach Norden. Zum Alien. Hallo? Genau. Und nun nach Westen rüber. Zum Hohenping. Ich habe mir das auch jetzt hier nochmal sauber aufgemalt. Das sieht jetzt sehr, sehr gut aus. So, nach Westen, da können wir nicht. Gehen wir nach Norden zum G. Das ist sogar, glaube ich, eine doppelt so lange Strecke hier, ne? Habe ich mir vielleicht doch ein bisschen falsch aufgemalt. Aber das ist egal. Äh, jetzt gehen wir nach Osten zum, nochmal, Jing. Und nun gleich nochmal geradeaus weiter nach Osten zum Tiefenping. Dann sind wir schon wieder an der Stelle, wo wir hinwollten. Ja, die Strecke hatten wir zum Beispiel, kamen wir jetzt gerade kürzer vor als die anderen. Genau, Tiefe Ping. Jetzt gehen wir nach Süden. Jetzt schauen wir mal. So, da waren wir nämlich noch nicht. Bin ich gespannt. Das war jetzt auch ein tiefes Ping, oder? Glaube ich. Also mit diesem hohen und tiefen Ping komme ich manchmal ein bisschen durcheinander. Ich weiß auch nicht, warum. Das würde jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ob die Strecken zwischen den verschiedenen Abteilen länger sind oder kürzer. Aber normalerweise, wenn alle die gleiche Länge hätten, wären wir jetzt rechts neben dem Alien. Also in der Nähe des Anfangs. Habe ich jetzt richtig? Habe ich jetzt falsch gemalt, ne? Oh, ich darf nicht immer so viel labern. Jetzt habe ich es natürlich als hohes Ping eingemalt. So, toll. Blau auf Braun drüber. Das klappt ja mal richtig gut. Jetzt habe ich das alles so schön gemalt gehabt vorhin. Naja, geht schon. Also nochmal ein tiefes Ping. Genau, nach Süden. So, gucken wir mal weiter. Ach, Süden würde sogar weitergehen. Weitergehen, interessant. Da nichts, nichts, nichts. Da kommen wir zurück. Ah ja, nach Osten geht es auch weiter. Ja, fahren wir einfach mal gleich hin. Halt, nein, ich steige jetzt. Ich versuche jetzt mal wieder auszusteigen. Genau, okay. Kann man ja mal testen, ne? So, nach Osten. Aha. Da kommen jetzt zwei Töne. Ist das jetzt wieder... Ich kann immer dieses tiefe und hohe Ping nicht auseinanderhalten. Das ist tiefe Ping und das Alien, ne? Hm. Ding. Ping. Ping. Ich weiß es nicht. Ich hoffe jetzt einfach, sonst muss ich... Ich mache es jetzt einfach als tiefes Ping. Ich kann mit Braun immer noch drüber malen. So. Warum ist der... Warum bin ich denn da so bescheuert bei der Hinsicht? Habt ihr auch irgendwie Probleme, das auseinanderzuhalten? Oder liegt das nur, wenn man es spielt und nicht sieht? Ich weiß es nicht. So. Also, nach Osten war jetzt... Das heißt, jetzt muss ich da ja rot noch dazu malen. Also blau und dann kriegt er jetzt nochmal hier so einen roten Kreis. Als Alien. Mhm. Vielleicht muss ich den Ort finden. Pass auf, jetzt versuchen wir erstmal gleich auszusteigen. Weil das hat man ja noch gar nicht hier. So. Gut. Nach Osten geht es schon mal... Ach, wir können ja dann mit Rot malen. Dann haben wir ein bisschen mehr hier mit Rot und Blau. Wie gesagt, vielleicht ist es auch gar nicht blau. Vielleicht ist es ja eher braun vom Hohen Ping. Hören wir nochmal. Sehr merkwürdig. Gut. Osten geht nicht weiter. Südwest würde es hingehen. Nach Westen kommen wir wieder zurück. Nein, will ich doch gar nicht. Okay. Ja, dann geht es nur nach... Gehen wir mal hier zurück. Dann geht es nur nach Südwest. Könnte sein, dass wir eine Kurve malen, weil ich glaube, bei dem, wo wir vorher waren, konnten wir nämlich nach Süden fahren. So. Südwest. Und Abmarsch. Das ist jetzt wieder eine kurze Strecke gewesen, ne? Oh. Kein Ton. Scheint, es ist hier eine Endstation. Gucken wir uns kurz um. Trotzdem. Scheint so. Nordost kommen wir wieder zurück. Genau. Genau. Süden, genau. Das Südwest hatten wir schon. Also, zurück. Wir können jetzt mal die Endstation auch anders malen, hier. Da muss ich nicht mehr so kurz aufmachen. So. Genau. Ping und... Gut. Dann gehen wir jetzt nochmal einmal zurück. Dann kommen wir wieder, ja, zum wahrscheinlich tiefen Ping. Hören wir jetzt doch noch an. Ping. So. Aber vielleicht hören wir halt doch, dass es jetzt das Hohe ist. Ach, ich komme da so durcheinander. Ja, also ich hoffe, das ist jetzt... Wir können ja jetzt nochmal ganz kurz nach... Ähm... Nur nochmal zum Upchecken, sorry, Leute. Fahre ich jetzt nochmal ganz kurz nach Norden hoch, weil da war ja wirklich das tiefe Ping. Weil ich bin jetzt echt so ein bisschen irritiert gerade. So. Forward. Genau. Genau. Okay, dann können wir mal wieder nach Süden zurückfahren. Das ist auf jeden Fall dieses tiefe Ping. Äh, Süden habe ich gesagt. Wenn das jetzt langweilig ist, Leute. Ich habe dieses Spiel nicht erfunden, ja. Also, ich kann da nichts für. Ich hätte jetzt hier auch gerade gerne vielleicht ein bisschen mehr Action. Aber ich finde es trotzdem interessant, wie dieses Labyrinth aufgebaut ist. Und auch wenn ihr jetzt durcheinander gekommen seid, wir sind jetzt also wieder beim tiefe Ping, kommen wir jetzt raus. Neben uns war das tiefe Ping mit Alien, wo wir zwar auch nicht aussteigen konnten. Aber, ja, was dann zur Endstation geführt hat, interessanterweise, ist ja merkwürdig. Und hier unten können wir jetzt genau nach Süden einmal weiterfahren. Und jetzt wollte ich nochmal Süd... Äh, da muss ich hier hinklicken. Süd-Ost wollte ich nochmal kurz gucken. Okay, da ist auch nichts. Dann kann ich das nämlich auch wegmachen. Gut, dann können wir nämlich auch, wie gesagt, jetzt nur nach Süden fahren. Es ist nicht so, dass wir noch andere Wege irgendwie offen haben. Das meinte ich nur damit. Ah, eine Rechtskurve und eine Linkskurve. Genauso wie oben. Okay. Dann drehe ich mal kurz das Blatt, weil sonst male ich es nämlich... Das war ja schon wieder das Alien. Male ich das falsch auf. Und zwar... So. Eine Rechtskurve. Ah, dann fahren wir sozusagen um das... Hohetping. Um unseren Staat fahren wir jetzt rum. Rechtskurve. Linkskurve. So. Und das war jetzt das Alien. Nur das Alien? Ja, nur das Alien. Genau, wir stehen jetzt auch weiterhin nach Süden. Das finde ich gut. Und da geht es auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Aha. Da geht es dann also... Jetzt drehe ich mal wieder rum, sonst komme ich hier durcheinander. Nach Westen. Da kommen wir zurück. Ah, da können wir auch lang. Ja, dann fahren wir erstmal nach Südost. Das war auch wieder ein tiefes Ping und Rululup. Also tiefes Ping und Alien. Interessant. Haben wir also das gleiche nochmal? Vielleicht müssen wir alle tiefe Ping und Aliens zusammen finden. Und dann passiert endlich mal was hier. Hoffe ich. Also. Das war jetzt hier unten. Genau. Wir stehen immer noch Südost. Also wieder das helle Blau und das Rot. Also ganz ehrlich, wenn ich mir meinen Zettel anschaue, es sieht aus wie ganz viele merkwürdige Hakenkreuze. Wirklich. Also ich meine, ich bin ja... Wenn ich was bin, dann bin ich absolut nicht braun. Aber es sieht echt gerade ein bisschen komisch aus. Ja. Okay. Also da geht es schon mal nicht weiter nach Südost. Auch nicht. Nach Südwest geht es weiter. Interessant. Nach Westen nicht. Und das nächste geht es weiter, weil da kommen wir nämlich wieder zurück. Oh, da geht es auch weiter. Jetzt wird es richtig spannend hier. Da nicht. Und da auch nicht. Jetzt male ich mir nur mal schon für das andere, wo wir eben waren, bei dem Alien. Also nur bei dem Alien, da male ich mir jetzt auch nochmal so, weil da ging es ja auch nach Westen weg. Da male ich mir jetzt nochmal so einen grünen Punkt hin, dass wir das hier nicht vergessen. So, und da unten ist dann auch bei, jetzt hier ist, äh, ähm, Südwest ging es weiter. So, nochmal ein Punkt. Und jetzt fahren wir, äh, nach Norden. Und dann fahren wir das jetzt. Genau. Dann fahren wir jetzt mal nach Norden. Rechtskurve, Linkskurve. Das ist sehr interessant. Damit habe ich jetzt auch fast gerechnet. Ähm, falls ihr das auch gerade aufmalt. Ich glaube zwar nicht. Das war jetzt kein Tor, ne? Dann ist hier wieder Endstation wahrscheinlich. Ähm, aber ich habe deswegen damit gerechnet, weil wir jetzt nämlich gerade, wir sind doch von oben, von dem tiefen Ping, sind wir ja nach Süden gefahren. Und dann gab es auch eine Rechtskurve und eine Linkskurve. Und jetzt sind wir nämlich, wenn wir jetzt hier gerade gefahren sind, genau an dieser Kurve entlang gefahren. Also rechts vorbei, äh, rechts vorbei, und dann links hoch. Also genau parallel sind sozusagen diese beiden jetzt nebeneinander gewesen. Und jetzt schauen wir uns trotzdem nochmal um. Es war zwar kein Grund, aber ich kann auch nochmal ganz kurz, ne, versuchen auszusteigen. Ich kann auch, wenn wir gleich zurückfahren, kann ich auch nochmal bei dem anderen versuchen auszusteigen. Habe ich, glaube ich, gerade wieder vergessen. Aber hier wird jetzt auch keine, außer... Warte mal, wie standen wir denn jetzt gerade? Ost, Nord, genau. Genau, nach Süden. Nach Süden geht's wieder zurück. Ansonsten wird nichts gehen. Langsam verstehe ich das jetzt hier. Genau, Süden. Äh, ja, wollte ich doch gar nicht. So, äh, jetzt sind wir schon einmal rum, ne? Genau. Äh, dann machen wir einfach Backtrack. Und dann war das hier jetzt nämlich wieder eine Haltestelle, eine Enthaltestation. Genau, die Kurven zurück. Und ich sehe auch schon, wir spielen auch schon wieder eine Viertelstunde. Cool. Und wir sind auch nicht wirklich weit gekommen. Genau. Tiefes Ping und Ding. Jetzt versuchen wir nochmal auszusteigen. Geht nicht. Und jetzt fahren wir da unten, habe ich markiert, Südwest. Hier geht's zurück zum Alien. So. Südwest. Genau, das habe ich gerne. Jetzt können wir auch nochmal gerne hier versuchen auszusteigen. Nicht, das heißt, ich versuche hier nichts. Wahrscheinlich habt ihr mir sogar schon einen Tipp beim anderen Video gegeben, wie ich aussteigen kann. Und das kann ich jetzt nicht machen, weil ich wieder weiterspielen will. Ach, unmöglich, unmöglich. Okay. Nur geradeaus. Das heißt, wir kommen Südwest auch raus. Ohne Ton. Also auch eine Endhaltestelle. Wir gucken aber gerne auch nochmal rum. Jeder, der keinen Bock hat, kann das gerne überspringen. Weil es wird einfach eine Endhaltestelle sein. Aber ich habe manchmal immer ein bisschen Angst, dass halt das Spiel, dass es ein Bug ist. Und dass es einfach mir keinen Ton abspielt oder so. Wird nicht sein. Nordost. Komme ich zurück. Genau. Süden, genau, Südwest war jetzt das nochmal angekommen. Alles klar, machen wir Backtrack. Haben wir hier unten also auch Endhaltestelle. Ping und Alien. Genau. Und nochmal Backtrack. Dann kommen wir zum Alien. Hoffe ich. Genau. Sehr schön. Dann können wir jetzt nämlich hier noch fahren. Wir sind jetzt Südost. Wir können hier nach Westen fahren. Südost, Südost. Das hatte ich mir ja auch schon gerade markiert gehabt. Also wir haben jetzt auch wieder, das ist die einzige Fahrt, die wir jetzt gerade machen können. Alle anderen sind entweder Endhaltestellen oder wie auch immer. Ja, eigentlich alles nur dann Endhaltestellen. Wir haben uns also nicht verlaufen. Oh, jetzt kommt wieder so eine Rechtskurve, eine Schräge. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich anders raus, als wir gestartet sind. Nach Süden, interessant. Wir sind nach Westen gefahren und sind jetzt Süden rausgekommen. Und es war ein tief... Ah, das war wieder ein tiefes Ping und Alien. Sehr schön. Das finde ich toll. Dann haben wir nämlich schon das dritte tiefe Ping mit Alien gefunden. Das hört sich an, wenn ich das sage, aber egal. Also, nach Westen sind wir gefahren. Süden sind wir rausgekommen. Das heißt, ich mache jetzt hier so eine schräge Kurve. So. Genau. Und... Tiefe Ping. Also machen wir wieder blau. Mit Rot drumherum. Okay. Nach Süden können wir schon mal nicht weiter. Jetzt können wir es auch wieder richtig rumhalten. So. Äh, Südwest würde gehen. Interessant. Wir kommen immer weiter runter. Da nicht. Da auch nicht. Norden kommen wir zurück. Mhm. Da auch nicht. Ob es hier noch weiter geht. Nein. Alles klar. Dann können wir nur nach Südwest. Haben wir ja nicht viele Entscheidungsmöglichkeiten. Und Abmarsch. Ach so, aussteigen können wir mit. Ah, na egal. Haben wir jetzt nicht versucht. Ah, eine Rechtskurve und eine Linkskurve. Okay, bald ist mein Blatt zu Ende, wenn das hier weiter so geht. Südwest, genau. Und das war wieder nur ein Alien. Oder? Ja, also Südwest. Oh, jetzt wird echt mein Blatt langsam klappen. Eine Rechtskurve und eine Linkskurve. Hm. Ja, das hört jetzt genau aber auf an meinem Blattende. Und zwar ganz unten im Westen. Im Südwesten. Hm. Ich schaue mal erstmal, wo wir jetzt weiterkommen. Dann kann ich ja das hier dann nochmal malen. Wenn wir zu lange in den Norden fahren. Oder in Süden oder in Osten. Nein. Genau, Westen habe ich nicht mehr auf dem Blatt drauf. Verdammt. Okay, dann müssen wir hier echt... Hm. Ja gut, vielleicht ist es ja eine Enthaltestelle. Okay, Westen geht schon mal. Nordwest, ja, das finde ich gut, dass es nicht geht. Norden auch nicht. Da müssten wir zurückkommen, genau. Okay, Osten geht auch. Das finde ich gut, das passt sogar noch aufs Blättchen drauf. Südost. Süden geht auch. Das passt auch nicht mehr wirklich aufs Blatt. Das ist ja interessant hier. Gut, dann fahren wir erstmal nach Westen, weil wenn es da eine Enthaltestelle ist, wäre es gut, weil das passt mir nämlich überhaupt nicht mehr aufs Blatt drauf. Schauen wir mal. Hoffentlich. Komm, kein Ping, bitte kein Ping. Ah, ja. Und was ist das denn? Das ist jetzt ein hohes Ping. Ein hohes Ping. Ping, so, das male ich mir jetzt nochmal hier auf, ähm, das ist das, und dann ging es nämlich hier, das war Alien, und dann ging es hier nach Osten weiter, nach Süden weiter, und nach Westen sind wir gefahren. Und das war jetzt ein hohes Ping und ein Alien, das ist ja sehr interessant, das hat mir ja noch gar nicht die Kombination. Das wird ja immer verwirrender hier. Äh, hohes Ping ist braun, aber das Alien ist auch immer mit dabei, ne? Und, ähm, und ein Alien. So, dann können wir hier noch einen roten Kreis drum machen. So. Gut, Leute, das finde ich jetzt einen guten, äh, Zeitpunkt, um einen Cut zu machen. Nicht, weil ich nicht wissen will, wie es weitergeht, sondern weil mein Blatt hier unten zu Ende ist. Das heißt, entweder muss ich ein größeres Blatt nehmen, oder ich kann jetzt die, die wir alle schon besucht haben, einfach ein bisschen kleiner malen, weil die sind ja jetzt unwichtig. Weil wir können ja jetzt wirklich nur noch hier unten rumreisen, im Südwesten irgendwo. Ähm, außer, ja, wenn uns jetzt zum Beispiel der Ostweg jetzt vielleicht mit vielen Kurven wieder nach oben führt. Ja, vielleicht sollte ich mir wirklich ein DIN A4 oder ein DIN A3 Blatt nehmen. Das wäre vielleicht, oder DIN A1, weißt du? Ich kann ja auch meine ganze Tapete hier zuflastern, mit diesen komischen Hakenkreuzen, die ich hier male. Ja. Super. Auf jeden Fall interessant. Also, wir wissen jetzt auch nicht, ich kann jetzt hier nochmal ganz kurz Sneak Peek gucken, ob es auch hier weitergehen würde, was es ja wahrscheinlich tut. Genau, können wir nochmal schnell aufmalen. Hier würde es jetzt nämlich auch nach Nordwest, würde es gehen. Genau, das ist unser Weg zurück. Okay, hier würde es sogar auch nochmal nach Süden gehen. Ja, darum sage ich euch, ich habe gar keinen Platz mehr auf meinem Zettel. Ach, nach Südwest auch noch! Also, jetzt wird es langsam richtig kompliziert. Genau, nach Westen nicht. Ja, Leute, nee, dazu brauche ich auf jeden Fall echt ein größeres Blatt, weil das kriege ich hier alles gar nicht mehr drauf. Jetzt habe ich das ja schon wieder so rumgekitzelt. Wir können ja jetzt trotzdem nochmal versuchen, hier auszusteigen. Nee. Ja, aber ich denke fast, ich habe so fast das Gefühl, wir müssen den Ort finden, wo alle vier Geräusche aufeinander kommen. Wäre das eine Idee? Nur das Problem haben wir dann, weil, ja gut, dann haben wir einen so einen Ort gefunden. Äh, ja, dann finden wir vielleicht, ich hoffe, dann finden wir nicht zuerst das Mistbuch, ganz ehrlich. Ich will irgendeine Seite finden, weil dann können wir mit dieser Seite, können wir dann zurückfahren. Das ist auch wieder eine ganz schön lange Strecke. Äh, ja, und können dann uns wenigstens mal einen so einen Bruder anhören und den vielleicht auch gleich töten. Äh, oh Gott, das ist ja echt ein bisschen, das wird ja immer komplizierter. Am Anfang dachte ich noch, das ist ja alles easy. Gut, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt heute noch ein Part spiele. Vielleicht warte ich auch echt erstmal ab, bis ihr in der Zukunft, also für mich ausgesehen in der Zukunft, alles kommentiert. Oder ich spiele noch ein und nehme wieder alles vorweg, also spiele in der Vergangenheit weiter. Also es wird ein bisschen kompliziert gerade. Also höre ich jetzt auf. Wir sehen uns morgen, äh, oder gestern, oder vorgestern. Äh, ja. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü